Die brasilianische Fußballlegende Pele ist offenbar auf dem Weg der Besserung. Der Gesundheitszustand des 82-Jährigen verbessert sich zunehmend, insbesondere die Atemwegsinfektion, teilten seine Ärzte am Dienstag mit. Seine Vitalzeichen seien stabil, er sei bei Bewusstsein, es gebe keine neuen Komplikationen. Pele befindet sich seit dem vergangenen Dienstag in einem Krankenhaus in Sao Paulo. Zunächst hieß es, es handele sich um eine Routineuntersuchung im Zusammenhang mit seiner Darmkrebserkrankung. Dann musste der ehemalige Fußballstar nach Angaben seiner Familie wegen einer Lungenentzündung infolge einer Corona-Infektion behandelt werden. Edson Arantes Donascimento, genannt Pele, gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. In den vergangenen Jahren hatte der Fußball-Weltmeister von 1958, 1962 und 1970 immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.